Ich muss ihn aber nicht mehr mit ihm nehmen. Ist das so? Ich kann dir nicht mehr nachdenken. Ich weiß nicht, dass ich sage, dass ich das tun habe. Ich muss ihn nicht mehr mit ihm nehmen. Vielleicht mal für... Ich muss ihn nicht mehr mit ihm nehmen, weil er nicht mehr mit ihm ist zu sagen. Dann muss ich ihn nicht mehr mit ihm nehmen. Dann muss ich ihn besser. Wann die Zeit? Jetzt die Zeit. Ich weiß, dass ich mich mal wieder an der Situation. Also dann eher mal wieder an der Art und dann auch noch mal wieder an der Situation. Und die auch dann vor hier... Machst du das? Ich darf damit ja doch nie einen ausreden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017